So, Max, du darfst eine halbe Stunde spielen, dann nehme ich dir den Controller wieder ab und hör zu, wenn du das Gerät nicht gleich rausrückst, wenn die halbe Stunde um ist, dann darfst du morgen nicht spielen. Ja, ja. Max, Spielzeit zu Ende. Lass mich nur noch ganz kurz weiterspielen, nur noch dieses eine Spiel, dann habe ich das Level geschafft. Doch, das war's, morgen ist die Spielzeit gestrichen, ich habe dich gewarnt. Du willst doch, lass mich nicht spielen, ich will weiterspielen, lass mich, lass mich. So wie du dich verhältst, kannst du die ganze Woche nicht Computer spielen, das hast du dir selber zuzuschreiben. Ja. 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 Vielen Dank.